Wusstest du, dass wenn du dir eine Katze holst, du auch direkt zwei adoptieren kannst? Wenn du zwei Katzen hast, kannst du dein ganzes Geld für köstliches Futter ausgeben, bis sie dir die Haare vom Kopf fressen. Dann musst du Wasser für die Katzen bereitstellen, damit sie immer gesund bleiben. Aber du wirst sehen, dass deine kleinen Prinzen es einfach ignorieren werden. Und da du nur das Beste für deine Failboys willst, kaufst du einen kabellosen Trinkbrunnen. Den kannst du überall hinstellen, wo es deinen Prinzen gefällt. Wirklich überall. Und wusstest du, dass deine Katzen das lieben werden, weil das Wasser sich bewegt und sie dazu ermutigt werden zu trinken. Und damit deine Mother Fluffers immer genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, genauso wie auf dem Oktoberfest. Wusstest du das? Und hier ein Lifehack. Wenn du deine Katze mit so etwas verwöhnen möchtest, entscheide dich für den von Pet Libro. Aber eins wollte ich dir noch sagen.